HO HO HO! Es ist Montag, 7 Uhr! Zeit für den Montagswitz! HO HO HO! Sagt ein Mann, der stottert, zu einem Mann, der eine Katze hat. W-w-w-w-w-w-was? Stahlst du, 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 für den Friseur? Sagt der Mann mit der Katze. Weniger als du für ein Ortsgespräch. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, der Weihnachtsstress hat euch noch nicht völlig überrollt. Nehmt euch Zeit, lehnt euch kurz zurück. Genießt diesen Witz, erzählt ihn weiter, habt eine schöne Zeit damit. Und ich wünsche euch allen ein wirklich tolles Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen mit euren Lieben. Und danke für die vielen guten Kommentare, die Likes und die Shares meiner Montagswitze. Ihr habt mir damit das ganze Jahr über ein riesen Geschenk gemacht. Und dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt es fein und ein braves Christkind. Auf Wiedersehen, ein paar Minuten zu zeigen, Bis bald. imslechtsast. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung. BR 2018